Der Wechsel des norwegischen Stürmers Mohamed Abdellaue von Hannover 96 zum VfB Stuttgart ist nun offiziell perfekt. Der gebürtige Marokkaner erhält bei den Schwaben einen Vierjahresvertrag. Zur Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben. Im Raum stand allerdings eine Summe von rund 3,5 Millionen Euro. Abdellaue erzielte in 80 Bundesligaspielen 29 Tore und war 2011 Norwegens Fußballer des Jahres.